Servus liebe Clubfans, herzlich willkommen bei der Frankenbrunnen Challenge hier mit Manuel Scheffler, meinem Kollegen, Kumpel, Buddy. Wir bauen jetzt gleich ein paar Kästen im Tor auf und dann erstmal schnicken natürlich, wer anfängt. Und dann ist das Ziel nicht die Kästen umzuschießen, sondern natürlich, wie es im Fußball so ist, das Tortreffen. Ich denke, da fangen wir mal an, oder? Was war das? Du bist drei. Ja, zweimal für dich. Eieieiei, ich baue zu. Du baust auf, Manuel. Perfekt. Ja! Was ist, wenn ich jetzt auch schaffe. Und ich habe dann fünf Schüsse. Was ist aber, wenn ich die Flasche berühre und der geht rein? Zähl. Oh! Perfekt. Ja, lass uns stehen. Wir wollen ja schöne Tore sehen, oder nicht? Wenn dann. Hoppala. Ja, das ist schön. Aber es zählt jetzt nicht, wenn ich den Kasten umschieße, oder? Und er geht rein. Okay, perfekt. Hol mir schon mal meine fünf Bälle. Da brauche ich kein Krafttraining mehr machen. Ja, ist doch gut. Da habe ich super Getränke gemacht, muss ich euch sagen. Herrlich. Ich habe schon mal Getränke gemacht gearbeitet. Herrlich, ich mache das super. Auch einen Applaus. Super. Herr Manuel Schäffler. Getränke gemacht gearbeitet. Ja. Und wenn ich jetzt. Kommen sie jetzt echt alle Ketten, oder was? Wo sollen wir da jetzt noch treffen? Ja, sucht da was aus. Was soll da? Bleib stehen, du musst eh gleich wieder aufbauen. Ich glaube, wir lassen es so. Okay. Dann dürfen wir jetzt schießen, oder? Bleib stehen, du musst eh gleich wieder aufbauen. Ja, perfekt. Aber lieber drüber, wie in den Kasten rein. Ja, schön. Herrlich, herrlich ehrlich. Sauber. Sauber. Du musst gar nichts aufbauen. Ja, jetzt schon. Jetzt kannst du aufbauen. Ja. Zwei, ne? Das ist schon gut, muss man sagen. Auch gut zugebaut bist du. Du kannst auf jeden Fall im Lager arbeiten. War vielleicht besser manchmal. Kann ich? Ja. Oh. 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 Ja. Ja. Ja, das ist die Höhe. Raus. Ja, rein da. Perfekt. Ja, das ist der Ding. Ja, das ist der Ding. Stille. Ja, jetzt muss er schon, wenn er mich überholen will, die beiden Treppen, die drei jetzt kommen. Ja, jetzt nicht einfach. Na! Lassen wir leider auch nicht zählen. Ich habe nur zwei Versuche, ich brauche auch zwei Tore. Zwei hast du noch? Leck mich doch an, Tschikerli, Junge! Tschikerli! Heiner, du hast dein Ding vergetragen. Komm, schieß. Ich gebe dir einen Plus. Ich habe meinen Schaumstoff verloren. Ja! Zumindest die meisten Kisten umgeschossen. Ja, aber das ist ja... So, jetzt fünf weg, oder was? Letzt fünf weg. Ja, aber wenn er jetzt, wenn er da jetzt so aufbaut, das wäre eine Freckheit. Wenn er die jetzt hochstellt. Was passiert dir? Was passiert dir? Ja! Das ist eine Freckheit. Irgendwas stimmt dir nicht.